Die Panne bei der Übertragung von Corona-Testergebnissen in Bayern bringt die Staatsregierung von Ministerpräsident Markus Söder in Bedrängnis. Die Opposition kritisiert den CSU-Chef heftig und verlangt Konsequenzen. Söder sagt zunächst, eine für diesen Donnerstag geplante Reise an die Nord-CA Bayern geht vor, schreibt er auf Twitter. Am Mittwochnachmittag hat Landesgesundheitsministerin Melanie Huml in München bekannt gegeben, dass 44.000 Reiserückkehrer nach Tests in Bayern noch kein Ergebnis bekommen haben, darunter 900 nachweislich Infizierte. Letztere sollen bis Donnerstag Nachmittag Informationen über ihren Befund bekommen. Grund für die Verzögerungen sind vor allem Probleme bei der händischen Übertragung von Daten und eine unerwartete hohe Nutzung des Angebots, erklärt der Präsident des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Andreas Zapf. Huml sagt am Mittwochabend in den ARD-Tagesthemen, dass ihr in dieser Dimension die Verzögerungen nicht vorher bekannt gewesen ist. Auf die Frage, wer für die Panne die Verantwortung trägt, sie oder Söder, antwortet Huml ausweichend, dass es wichtig ist, dass man sich nun entsprechend darum kümmert. Mehr als 300 Mitarbeiter allein beim Landesamt arbeiten nun während der Nacht und man hat auch Unterstützung aus anderen Behörden. Bis Donnerstagmittag sollten die positiv Getesteten informiert werden. Seit dem 25. Juli können sich Reisende in Bayern bei der Ankunft an den Flughäfen München und Nürnberg testen lassen, seit Anfang August in Memmingen. Zunächst war das Angebot freiwillig. Für Urlauber aus Risikogebieten greift seit Samstag deutschlandweit eine Testpflicht. Von 85.000 Tests sind nach Angaben von Huml bisher in Bayern insgesamt gemacht worden. Die Übertragungsprobleme haben aber fast ausschließlich die Tests an Raststätten und Bahnhöfen, wo insgesamt bei knapp 60.000 Menschen Rachenabstriche genommen worden sind, stattgefunden. Wie viele von ihnen aus welchem Land ankamen und wo sie wohnen, war zunächst unklar. Zapf sprach von einer Panne, Huml bedauerte die Verzögerungen.